Jo, was geht? Chrissy am Start. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Sequenz-Preset macht. Ich kann ja mal vorkommen, dass ihr bestimmte Sequenzen braucht, die ihr häufiger benutzen müsst. Wenn ihr dann aber keine Lust habt, tatsächlich immer wieder die Sequenz neu einzustellen, gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, ein Preset zu machen. Dafür stephen wir rein in Premiere. Ich gehe hier auf Datei, Neu, Sequenz. Und dann wird euch das neue Sequenz-Fenster angezeigt, wie üblich. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und dann können wir ja sagen, okay, wir suchen uns hier was aus. DSLR, 1080p, 30 Frames per Second. Gehen dann in die Einstellungen und ich sage mir, jetzt sage ich, ich möchte aber mein Hochformat haben, nämlich Instagram-Story-Videos für meine Kunden machen. Dafür ändere ich natürlich die Frame-Größe von 1080 zu 920. Ich habe dann 9 zu 16. Ich sage, quadratische Pixel, keine Halbbilder, Progressive Scan, Anzeigeformat, wie auch immer ihr das möchtet. Das gefällt mir so wunderbar. Video-Vorschau, alles gut. Und dann gehe ich hier auf Vorgabe speichern und sage Instagram. Und klicke auf OK. Und jetzt seht ihr, rechnet er mir die Dinger alle raus. Und jetzt bin ich hier bei Benutzer definiert und er hat mir hier Instagram hingesetzt. Wunderbar. Gehe auf Abbrechen. Einfach nur, um es euch zu zeigen. Und wenn ich jetzt eine neue Sequenz haben will, gehe ich natürlich wieder auf Datei, Neu, Sequenz und habe hier Benutzer definiert, Instagram und ist es da. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Ich finde das super toll, mit euch zu interagieren. Ansonsten schaut auf meinem Kanal vorbei und da findet ihr ganz tolle, super Sachen. Und wenn ihr den Kanal geil findet, dann lasst doch ein Abo da. Und dann bin ich happy und dann mache ich ganz viele neue Videos für euch. Und dann seid ihr wieder happy und wir sind alle happy und die Welt ist in Ordnung. Insofern haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.